Und damit zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich finde es nur ein bisschen längere Zeit her, dass wir beide zusammen hier zu sehen sind. Es gibt eine quasi Bestrafungs-Bierpong, im englischen Bereich auch als Bierpong bekannt. Wir haben hier jeweils sechs von diesen schönen Bierpong-Bächern. Und dann quasi fünf Bestrafungen, ein gutes. Wir haben Sprudel. Kann man als Bestrafung sehen oder nicht? Für uns ist es nicht Bestrafung. Schokolade, so ein bisschen als Goodie drin. Zitrone haben wir, wenn man reinbeißen darf. Wir haben einen Joker, heißt wenn jetzt Hannah bei mir rein trifft, muss sie etwas machen. Zehn Liegestützen. Wir haben Lakritze essen und wir haben Salz essen. Wir machen hier einfach drei nach und der Sieger ist quasi der. Eigentlich beendet das Video, der quasi beim anderen alle sechs Fächer getroffen hat. Soll ich jetzt anfangen? Ja! Treffer! Buchstabe? D! Das ist der Joker. Zehn Liegestützen. Wait a minute! Wir haben einen Joker, heißt wenn jetzt Hannah bei mir rein trifft, muss sie etwas machen. Zehn Liegestützen. D! Das ist der Joker. Zehn Liegestützen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fertig! Zitrone beißen! Zitrone beißen! Ja! Zitrone beißen! Sehr lecker! Yes! Ja! Schmeckt's? Zitrone beißen! Das bei zweibissen. Das hab ich. Boah! Man muss dazu sagen, wir haben dieselben Bestrafmittel. Selben Nummer und selben Bestrafmittel. Das könnte echt in der Plamage enden. B. A. Ich hab's Goodie. Da kommt direkt die Schokolade hinterher. Oh, die schmeckt so gut! Geiler Scheiß. Weiter geht's! Ja! Ich sah ja mal richtig ab heute. F. Salz essen. Ha ha! Geil! Wir machen das Salt-Day-mäßig. Da sind wir wieder dran. Ich hab noch fünf, ich hab noch drei. Ich bin halt Bierpong unerfahren. Ich trinke wenig bis kein Bier. Mhm, geil. Mhm, ja. Richtig geil. Ja, das hasse ich. Ja! Ah, Spult. Wie lecker. Spult trinken ist auch okay. Und eine harmlose Gestrafung. So, Dele. Prost. Hätte ich jetzt tatsächlich auch gern nach dem Salz. Jawoll. Ja! Wie toll! Ich liebe meinen Tag! Ehe? Lakritzen! Ja! Salz gewinne ich und das... Akonik! Das ist mir die schlimmste Beschreibung. Ich hasse Lakritzen. Ich auch. Alles. Alle, die Hälfte scheint echt viel von Enjoy. Aber sowas überhaupt als Süßigkeit durchgeht. Boah. Weg. Jetzt muss ich langsam mal treffen. 2 zu 4. Ja! Der war wichtig! F. Ja! Nein! Das nimmt richtig falsch! Jawoll, das reicht. Absolut. Ist geil, oder? Ist richtig geil. Warte. Warte. Was? Was? Ja! Ich hoffe, jetzt hast du auch genommen. Sprudel! Sprudel nehme ich sogar gerne. Mal ein bisschen den Mund wieder waschen. Das ist ja für Deffiti, du Bullshit! Da gibt es aber sowas von Slow War für. Jetzt ist Lakritze, Salz und Zitrone wieder ein bisschen aus dem Mund. Was ist denn da? Ja! Das ist nur einer! Guck mal! Hier! Ganz normal in der Mitte! Das ist nur einer! Wahrscheinlich! Ja! Zitrone! Zitrone! Let's go! Aber nur die Seite einmal abbeißen und essen. Bruder muss los! Jawoll! Ich bin... Ich bin Strafen genug. Ja! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ha! Und jetzt! Es ist komade! Jetzt muss ich mit so einem vollgegelten Magen noch 10 Liegestütze machen. Jopa! Guck mal! Richtig geile 10 Liegestütze! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So! Das heißt, bei ihr habe ich jetzt zwei Stück verkackt. Wir haben E verkackt. Der Kritze, du glückliches Ding. Und B, deine Schokolade. Wahnsinn! In die Kamera, die ist wahrscheinlich einen Ticken besser, gibt es jetzt noch den Sieger-Handshake, wie wir ihn gerne machen. Und dann sieht man wieder, man muss in meinem Alter mehr Wirkung spielen, sonst verkackt man auf Zwiebelstädten. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. War, denke ich, ein ganz lustiges Ding hier. Und bis zum nächsten Mal!